Liebe Essenerinnen und Essener, welt- und deutschlandweit und auch bei uns steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus rasant an. Das ist Anlass zur Sorge. Die Omikron-Variante des Coronavirus ist ansteckender als die Varianten zuvor. Und diese Entwicklung bedeutet, dass wir uns weiterhin gut schützen müssen, Abstand halten, Maske tragen, uns regelmäßig testen lassen. Und es bedeutet auch, dass eine Impfung gegen das Coronavirus nicht nur wichtig ist, sondern ein Weg aus der Pandemie ist. Die Omikron-Variante ist zwar ansteckender, aber scheint weniger schwere Erkrankungen zu verursachen. Das zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Hospitalisierungsrate und damit die Belegung der Intensivbetten in unseren Krankenhäusern. Das ist die gute Nachricht. Das trifft aber vor allem auf geimpfte und geboosterte Personen zu. Ich bitte Sie deshalb, sich jetzt boostern zu lassen, um das Risiko einer schweren Erkrankung in Verbindung mit einer Corona-Infektion zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Bitte warten Sie nicht, bis es möglicherweise einen angepassten Impfstoff gibt. Die Virus-Variante ist jetzt da. Deshalb schützen Sie sich und andere durch eine Impfung jetzt. Wir tragen alle dazu bei, dass wir gemeinsam gut durch diese Pandemie kommen können. Als Stadt, zum Beispiel mit den niedergelassenen Arztpraxen, bieten wir eine Vielzahl von Impfaktionen in der gesamten Stadt. Es gibt über das gesamte Stadtgebiet verteilt Teststellen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Machen Sie von diesem Angeboten Gebrauch. Seit dieser Woche gibt es in den Essener Kitas auch Pool-Testungen für Kinder, damit mögliche Infektionen verlässlich und schnell erkannt werden. Die Schultestungen werden nach den Weihnachtsferien auch für geimpfte Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer ausgeweitet. Und in den nächsten Tagen wird es eine neue Corona-Schutz-Verordnung mit weiteren verpflichtenden Testungen im Freizeitbereich für diejenigen geben, die noch keine Booster-Impfung im Anspruch genommen haben. Lassen Sie uns die kommenden Wochen gemeinsam überstehen, damit es nicht zu Ausfällen, zum Beispiel in der kritischen Infrastruktur kommt, damit weder die Intensiv- noch die Normalstationen in unseren Krankenhäusern vorlaufen und damit wir gut durch dieses Frühjahr kommen. Wir als Stadtverwaltung bereiten uns gut auf die kommenden Wochen vor. Bitte helfen Sie uns durch Ihr persönliches Verhalten dabei. Bitte bleiben Sie gesund! Ihr Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen